hallo und herzlich willkommen zu einem neuen part von pokémon pupur so wir sind hier in einer höhle und die haben mehr oder weniger nebenbei entdeckt im letzten part haben wir die psycho arena fertig gemacht die junge dame und dann bin ich hier so lang und ich wollte eigentlich mit euch das hier noch so erkunden beziehungsweise ich bin tatsächlich eigentlich hier runter und habe gesehen da ist eine höhle und dann bin ich mit euch die höhle rauf und habe gesehen da sind ja noch trainer die wollte ich jetzt mit euch noch zusammen machen also ich glaube ich musste so die haben wir gefangen nein 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 nicht gegen den genau ich wollte mit euch noch so ein bisschen erkunden denn schmeißt doch bevor wir uns den fähendude von teamstar annehmen und deshalb ja habe ich gedacht ich mache das ich ja wiko erkunden heute heute ist wieder so ein part wo wir kunden was für ein ätzender weg bis zur stadt ja das kann ich mir vorstellen bei den ganzen pokémon die hier so rumdödeln hätte ich da auch keine lust drauf was hast du denn ein pamprost hahaha wieso ist lily verletzt ist lily verletzt jetzt muss schon mal gucken wenn ich nicht so erschifft wäre hätte ich bestimmt gewonnen hier haa klar als ob mein freund lily ist aber schon so ein bisschen zu oben kommt ja die nach vorne die ist nämlich von allen so ein bisschen gerade am low level so hier stimmt das aber soweit aber für den fehl typ werden wir auf jeden fall stelle schierlieder und wahrscheinlich flatter viel nach vorne nehmen weil chaos und auch lily leider nicht so effektiv gegen fehl sind und nicht ist sogar schwach gegen das heißt lily würde ein richtig 1 auf die mütze kriegen und das wollen wir natürlich nicht aha draschel haben wir beim letzten mal schon gefangen so eigentut haben wir auch schon gefangen genauso wie dumm ise haben wir auch gefangen lasst mich überlegen wo geht's lang erst mal machen wir dich noch findest du die wechselwirkung zwischen den typen auch so kompliziert manche manche finde ich ein bisschen kompliziert also unlicht ist effektiv gegen psycho aber psycho ist effektiv gegen gift sie wird fehl auf jeden fall das weiß ich ja da kämpfen wir jetzt weiter wir gucken jetzt mal wie sich ja die gegen gade war schlägt weil jetzt müsste spukball nur noch normal effektiv ist immer noch super effektiv ja gut dann nehmen wir doch ist sehr effektiv aber nicht so krass effektiv gut dann sind es auf jeden fall schien leader stella und ja die die im prinzip dann nicht platte finden nehmen wir ja die noch ja die mit gegen die kämpfen du scheint ja keine probleme damit zu haben weil ich still habe naja eigentlich nicht wirklich aber wir tun einfach so als hätte ich es okay entschuldigung da fallen mir die tier unter merkte das können wir kämpfen so als andenken an meinen besuchenden astarilla wenn du willst okay riko oh den kenn ich aber gar nicht bist du psycho mach mal einen flammsturm okay ist sehr effektiv also um es brennt garabax das muss irgendwie was ist das habe ich ja nur nie gesehen ach wir sind noch gar nicht in astarilla ne du bist eigentlich noch in der höhle genau hier hier raus und dann kam ich ja hier genau und das wollte ich noch mit euch zusammen erkunden konzentration konzentration seit meiner niederlage in der arena von astarilla trainiere ich hier um stärker zu werden ja okay ach nee wenn du kampf pokémon hast ist aber kein wunder du kampf dürfte mir nicht wehtun ich liebe es ja die verbrennen gerade alle initiative sinkend ja gut okay das bringt jetzt gar nichts dass du die spust ist weil wenn ich jetzt dran bin dann ist schicht im shop geschafft dann ist das halt so den den also ja da wechseln wir einfach mal da kommt flatter 4 das gute flatter dann ja ja gut ich habe mal psychokinese da seht er auch dass zum beispiel für es sehr effektiv ist gegen kampf darum kann ich chaos papal nicht rein nehmen weil auch wenn er nebenbei noch elektro typ ist und das vielleicht sich so ein bisschen ausgleich ist es mir doch zu riskant ich möchte doch schon den aufnummern sich jetzt habe ich schon wieder verloren ja ich hab jetzt eine restliche knete abbezogen oder was willst du mir damit sagen jetzt sind hier lang dachte ihr kommt jetzt noch irgendwas geiles leute habt ihr es eigentlich auch mal hier auf der erde linken so ein schöner ausblick ist wirklich ein schöner ausblick was sehen sie das meer schon wieder das meer ich werde dich besiegen und dann ein selfie mit der tollen landschaft im hintergrund machen mach doch ja die komm mal raus rein zurück ich hab da so ein bisschen angst und sofern das viel jetzt nicht irgendeine zicht und psychische attacke macht okay ladungsstoß war mal brutzeln wir gut zu gut sind die berio hu 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 weißt was bleibt drin berio ist eis und somit gibt es erstmal einen durchbruch den haben wir ja auch den knut das war ganz geschockt deswegen jetzt hätte ich auch mein selfie total niedergeschlagen aussehen kannst ja trotzdem lächeln hätte ich ja keiner von ab das sind noch so 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 steine ich glaube die werde ich mir aber dann angucken wenn halt mal auf screen angucken geht es in der land dass uns kämpfen vielleicht beruhigt mich das ein bisschen kodi second kodi war mal eine serie hu 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 gefundenes fressen für jadi hat ja die eigentlich groß schaden genommen nicht schade das ist ja effektiv hier ach jetzt bin ich noch nervöser als vorher musst du nicht mein freund musst du nicht ha ha guck mal wer ist mein freund geht den gehen wir hier mal zum strand und dann kommen wir machen das aber eine höhle ich will wissen wo die höhle gehen gehen erst im strand gucken das hier an und dann fahren wir wieder zurück also hier ist bis jetzt noch nichts habe ich stehen ich glaube ich habe den nicht aber ich überlege hat das ist elektro und ich habe keine keine bodenattacke mit irgendeinem ich überlege aber schiele da rein zu holen aufgrund von hammer den krisen hammer kann schaden oder dings weil wenn ich denn mit elektroattacken getroffen werde kann denn auf jeden fall chaos papa durchziehen komm ich versuch mit chaos papa hier ist aber ganz schön heftig also viel ist nicht ohne also zwei die gut austeilen können ich mache gerade überhaupt keinen schaden ich mache gerade überhaupt keinen schaden ja gut jetzt schlafe ich so ihr anderen könnt ja drauf los jetzt die machen nur mist ne jetzt sind wir alle eingepennt was war denn das bitteschön ui für eine attacke dass denn auf einmal alle schlafen müsst ihr die die das 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 ist haben was wir wir haben wir das wir Gen hat anscheinend alle eingesetzt. Okay. Hat irgendwie alle getroffen. Ja, auf Silberblick zu machen! Den kriegen wir doch niemals! Komm, abhauen. Ich muss Linny reinnehmen. Das bringt nichts. Ja. Ich glaube, Gastronen ist aber auch zum Teil Bohnen. Wir versuchen es nochmal mit Lili. Ich kann sagen, das Ding bleibt doch. Auswählen. Alleine kämpfen. Das Gena war halt fies. Aber wenn ich jetzt Terra-Kristallisierung mache und dann im Prinzip vielleicht so mit der stärksten Pflanzenattacke drauf, dann könnte ich auf jeden Fall bestimmt was Gutes abziehen. Aber ich muss sagen, meine Mitstreiter waren jetzt auch nie so geil. Ich meine, statt irgendwie effektive Sachen Äh, das ist doch äh, nicht euer Ernst. Ach man, wieso darf ich das denn nicht benutzen? Wow. So, das hat 90. Wieso kriege ich denn nochmal die ganze Zeit Erdkräfte? Aber was ist los mit euch? Dafür, dass es nicht effektiv ist, ne? Und dann kriege ich ganz schön eins auf den Nuss. Und gefühlt irgendwie nur ich. Hat sich von allen negativen... Oh nein. Das ist doch... Er hat eigentlich dafür gesorgt, dass er brennt. Aber während... Ne? Das Terra kristallisiert, ne? Läuft die Zeit einfach mal so straight weiter, ne? Das ist so unfair. Ja, ja. Lilly wurde schläfrig gemacht. Komm, Drufter! Der Lilly schläft doch jetzt eh. Komm schon, Lilly. Wache auf! Lilly, wache auf! Ja, ich würde die ganz gern nutzen, wenn die nicht mal aufwachen würde. Und alle anderen können die jetzt nicht nutzen, ne? Oder wie? Weil solange das Schild ja da ist, machen die ja keinen Schaden. Die greifen ja anscheinend ja auch nicht an. Wieso greifen die nicht an? Weil die... Dings, ne? Ach, das wird schon wieder nix. Schönen halt nicht. Dann ist mir auch egal. Ja, das kriegen wir nicht runtergeprächt. Aber da habt ihr gesehen, der hat jetzt dieses Terra-Schild gemacht und... Ich hätte Bohnen-Attacken gebraucht. So, wir gehen jetzt hier kurz da gucken und dann gehen wir da gucken, wo es zum Tunnel hingeht. Also da... Ach man, ist das ärgerlich. Kennen wir schon, kennen wir schon. Kenn ich schon? Das ist irgendwas, was ganz viel... äh, beim Terra-Kristall-Pokémon. Wah! Hier ist auch wieder eine Höhle. Wo gehen denn immer diese Höhlen hin, sag mal? Traumvogel habe ich aber schon. Hey, hast du zufällig Pizza bestellt? Nee. Wingul. Es regnet, es regnet und dafür kommt der Chaos-Papa rein. Weil jetzt ist der... Also, da Regen leitet, müsste der eigentlich schon fast sechsfach effektiv sein, ne? Weil Wingul ist Flugwasser und ist somit, was Elektro-Attacken angeht, vierfach schwach und jetzt dadurch, dass es jetzt noch regnet, müsste eigentlich Elektronen vom logischen her noch heftiger sein, eigentlich. Weil Regen... Wasser leitet, ja. Ah, du bist nur eine Passantin. Ja, Entschuldigung. Ich laufe hier nur so nebenbei. Tut mir leid. Ich wollte eigentlich gerade ein Dings machen, aber... ein Terror-Welt, aber irgendwie hat das nicht so funktioniert, ne? Überall ist das jetzt... Ah, da ist ein Schwert drin. Ich habe immer noch nicht so ganz herausgefunden, wo was ist. Also, wir sind da irgendwie noch nicht so weiter. Aber ich weiß, man muss halt ganz viele, äh... von denen rausziehen. Und dann werden diese Tore geöffnet und hinter diesen Toren sollen sich tatsächlich legendäre Pokémon befinden. So jedenfalls die Legende. Und, ähm... Ja. Eigentlich würde ich euch das mit den legendären Pokémon auch ganz gerne zeigen, aber ich weiß leider nicht, wo die ganzen, äh... Schwerter sich rumtreiben. Eigentlich sollte... Tatsächlich... Ähm... Unsere Geschichtslehrerinnen das uns erzählen. Wo bin ich denn jetzt hier gelandet? Ah, hier. Okay. Ja, okay. Wo bin ich jetzt hier? Das noch. Das sind noch Hyperbälle. Das ist noch Juru. Kann ich dich jetzt fangen? Level 17. Ja. Als ob. Komm. Ein Flottball. Komm. Sei kein Schmock. Bleib drin. Er ist ein Schmock. Ey, du bist Level 17. Superball. Ja. Juru wurde gefangen. Es hat die eigenartige Fähigkeit, Gefühle wie Freude oder Wut in Wellenform zu sehen. Ich nenne dich Schmock. Schmock. So, du kommst aus mir in die Box. Es gibt wirklich unglaublich viel zu erkunden. Einfach, ne? Und das... Das macht halt dieses Spiel so gut. Weil ihr könnt einfach... Stundenlang... Einfach hier rum... Gucken. Und halt... Äh... Pokémon... Nach Pokémon suchen. Es wird halt nie langweilig, weil überall liegt hier irgendwas rum. Ein Pokéball, ein Trainer und... Dann hast du den vielleicht nicht gemacht und den nicht gemacht und dann denkst du so... Oh mein Gott. Guckt euch das an. Hier liegen auch so einfach TM's rum und so. Ja gut, Nebelfeld braucht jetzt keiner, aber... Habe ich dich schon? Ich glaube, ich habe da eine Weiterentwicklung nicht, ne? Dich habe ich, okay. Ich will nur den... Ein Akkani! Ein Akkani! Komm! Und Flammsturm hältst du aus, weil... Das ist ja... Deins, ne? So. Ich meine, es müsste sich jetzt leichter fangenlatten. Ich nehme aber ein Hyperball. Läuft hier einfach ein Akkani rum? Oh, jetzt wird haupt. Wie mache ich das denn? Ich kann das Akkani nicht weiter schwächen. Das ist das Problem. Mensch, das Kinder. Alles... Jede Attacke, die ich habe, die ist halt zu hoch. Ich kann nur Bälle drauf werfen und hoffen, dass es irgendwann drin bleibt. Danke. Oh mein Gott, ich habe mal Kani... Entschuldigung. Legendäres Pokémon. Sein imposantes Bellen klingt so majestätisch, dass sich jeder, der es vernimmt, unwillkürlich zu Boden wirft. Ich nenne es King. Tatsächlich war es ja auch bei... Oh, lass mich lügen. Bei... Beginnen Akkios war es ja tatsächlich auch so ein Herrscher-Pokémon, ne? Nois. Wie krass ist das denn? Ein Superball braucht keiner. Aber wo bin ich denn? Ich bin jetzt, glaube ich, hier auf der anderen Seite. Ich bin jetzt schon wieder überall, aber nirgendwo, wo ich da sein sollte, ne? Ach, Mensch. Hier liegt überall was auf dem Boden. Ich weiß ja nicht, wohin damit. Das ist ein Borde-Pokémon. Ah, schon Pikachu? Ja, hatte ich. Ach, Mediti, kenne ich schon. So, jetzt hast du noch kurz auf die Karte Luki-Luki machen. Ah, hier wäre es schon gewesen. Okay, okay, okay. Okay, ähm, jetzt haben wir uns aber auch so ein bisschen verdüllt, ne? Warte, wie fliegt jetzt da nochmal hin? Wir wissen ja jetzt, wo wir die eine... Wo wir bei der einen Höhle rauskommen, ne? Wir machen jetzt einen Sturzflug nach unten. Und, äh, da müsste es eigentlich funktionieren. Dann gucken wir uns nämlich noch die andere Höhle an. Da in die Richtung. Nee, da habe ich... Habe ich eigentlich so ein Altarier? Ich bin der Meinung, ich hätte ein Wablu. Aber habe ich ein Altarier? Nö. Also wir wissen schon mal... Ja, die ist nicht effektiv gegen Drache. Der ging jetzt an. Einfacher als Arcanin. Das Sumsel-Pokémon. Bei gutem Wetter mischt es sich unter die Wolken und fliegt unbeschwert durch die Lüfte. Es singt mit einer entzückenden Sopranstimme. Alter. Nenne ich jetzt einfach Alter. Alter mit A am Ende. Ja. Wablu habe ich schon. Halt. Nein. Nein, nein, nein. Nein. Ich kann aber auch nicht so nach unten drücken. Okay. Okay, da war das, was mich ja ausgelacht hat. Hier sind sie alle schön am Strand versammelt. Mensch, ich hätte dich beinahe überfahren. Guck doch hin, du Nase. Hier ist nur eine Höhle. Mit einem richtig krassen Resslerado. Haben wir aber tatsächlich schon. Oh, dich will ich. Dich wollte ich mal fangen, aber habe ich nicht geschafft. Weil Amphira ist zum Beispiel auch ein Pokémon, beziehungsweise mit ihrer Vorentwicklung. Da entwickeln sich nur die Weiber. Da hinten seht ihr jetzt zum Beispiel so die Vorentwicklung. Oh, golla. Und bei denen entwickeln sich zum Beispiel wirklich schon die Frauen. Gift-Echsen-Pokémon. Wenn sich zwei Amphira begegnen, kämpfen sie mit Pheromongas um die Menschen in ihren Gruppen. Ich nenne dich Puma. Ich weiß nicht warum. Oh, du bist jetzt Puma. Ich glaube nämlich, das männliche... Also ein Ding habe ich schon gefangen, ja. Ich habe die Krabbe noch gar nicht gefangen. Lol. Klar, jetzt komme ich hier nicht mehr raus, oder was? Ach, das sah jetzt so aus, als wäre hier was gewesen. Außer Spesen nix gewesen. Gut, dann wissen wir das jetzt auch schon mal. Und wir porten uns tatsächlich hier hin. Leider. Wir heilen unsere Pokémon und dann geht es im nächsten Part ab und dann machen wir den Feen-Dut. Ich sage bis dahin Dankeschön fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, dann gebt mir doch einen Daumen nach oben. Oder lasst ein Abo da. Ich würde mich sehr freuen. Und bis dahin sage ich Dankeschön fürs Zusehen. Auf Wiedersehen und bye-bye. Bye-bye. Bis zum nächsten Mal.